Wenn du als der Winchi Resolve Anfänger die Fusion Page aufgemacht hast und dich gefragt hast, oh mein Gott, was ist denn das hier? Und dir eventuell Tutorials angeguckt hast und dir gedacht hast, oh mein Gott, wie kann der da so viele Notes reinhauen? Dann bist du nicht allein. Das haben ungefähr 95% aller Anfänger, die mit Note-Based Compositing arbeiten wollen. Aber Note-Based Compositing ist geil. Fusion zu verstehen ist wichtig, um all die geilen Visual Effects und Animationssachen in der Winchi Resolve zu machen. Und deswegen habe ich dieses kostenlose Training zusammengestellt, damit du lernen kannst, wie du in Fusion navigierst. Nach dieser Live-Class wird es dir einfacher fallen, jedes weitere Tutorial, was du auf YouTube oder irgendwo siehst, in Fusion nachzuvollziehen, weil du die Wirkungsweise von den Notes und Modifiers richtig verstanden hast. Hi, mein Name ist Johannes, ich bin Blackmagic Trainer, aber es geht hier nicht um mich, sondern darum, dass du fit wirst mit Note-Based Compositing. Und deswegen habe ich eine Anfänger-Class zusammengestellt, die alles beinhaltet, was du brauchst, um Fusion mental zu verstehen und dann auch deine Note-Trees entsprechend zu bauen. Mit dabei ist das Verstehen von Mergen, Masking und einen kleinen Text-Animations-Tutorial. Und wenn du noch mehr Content brauchst, dann gebe ich dir jetzt hier noch zwei Tipps mit. Nummer 1. Auf meiner Webseite findest du viele kostenlose Trainings-Presets und Tutorials für Abläufe und Note-Workflows in Fusion. Und Nummer 2. Nächste Woche startet meine Fusion Compositing Class für Anfänger, in der ich dir zeige, wie du die normalen Alltagsaufgaben eines Visual Effects Artists in Fusion umsetzen kannst. Also all das, was Masken ziehen, Planner-Tracking, Rotoscoping und natürlich auch Keying, auch auf schlechten und 8-Bit-Footage angeht, werde ich darin abdecken. Und check einfach mal den Link in der Beschreibung und sei dabei. Ich freue mich auf dich, Kameramagier. Ciao.